Was machen die noch im FIFA, oder? Die drehen durch, die Keeper. Was geht ab, Freunde? Jetzt haben wir hier gerade den Roman Bürki im Tor. Eine kleine Elfmeter-Challenge. Wenn ihr Bock habt auf weitere Formate, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich werde jetzt 10 Elfmeter schießen und versuchen, so viele wie möglich reinzumachen. Mal gucken, wie das ist gegen einen Profifußballer. Habe ich noch nie gemacht, ehrlicherweise. Und deshalb bin ich gespannt, was wir da erzielen werden. Ob wir alle reinmachen, ob wir einen reinmachen, ob es Hälfte der Hälfte sein wird. Das werden wir jetzt sehen. Let's go! Der Erste sitzt aber präzise in die Ecke. Ich habe damals auch Fußball gespielt. Aber warst du knapp dran, ey. Zwei von zwei. Let's go! Also wenn du fünf machst, ist es vorbei, oder? Dann habe ich jetzt keine Chance mehr. Ja, aber trotzdem einmal für die Quote. Vielleicht habe ich ja alle 10, das passt. Okay, so. Schuss Nummer drei. Scheiße, ich dachte, ich versuche mal. Die spekulieren nicht bei Elfmeter. Ja, okay, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay, zwei rein. Einer daneben. Einmal kurz mit dem Außenriss. Let's go! Nächste. Yes! Spekuliert doch! Ich dachte, du denkst. Spekuliert doch! Ja. Keine Psycho-Spielchen hier. Okay, wie viel haben wir jetzt bisher drin? Vier, zwei, ne? Vier, zwei. Vier, zwei. Okay. Jetzt muss der rein. Fass gehabt. Knappes Ding. 5, zwei. Also wenn ich jetzt rein mache, habe ich schon theoretisch geworden. Das heißt, jetzt musst du halten. Komm, entscheidender Elfmeter. Matchball. Nein! Scheiße! Wollte ich zu schön machen. Aber ich habe ja noch ein, zwei Matchbälle. Jetzt werde ich nervös. 5, 4. Jetzt ruhig reinmachen, sonst ist Ausgleich. Er täuscht schon an, Leute. Nein! Der war perfekt verwandelt. Nein! Da ist der Sieg. Let's go! Starkes Ding. So, Freunde. Das war's von der kleinen Elfmeter-Challenge. Ganz knapp gewonnen. Was sagst du? Wie waren die Elfmeter? Für einen Konsolen-Spieler? Sehr gut. Sehr gut. Sehr präzise geschossen. Also, wir könnten hier ein paar Spieler von uns auf jeden Fall noch abschauen, was. Ja, gratuliere. Danke dir. Freunde, das war's auf jeden Fall vom Video. Checkt auf jeden Fall auch gerne den BVB-Kanal aus in der Beschreibung. Hat mega Spaß gemacht. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir verabschieden uns. Haut rein. Und ciao! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.